Juhu, hallo Leute, hier war euer Tabletennis Gamer, zurück bei Superbrain. Ich hab schon mal ein Video hochgeladen heute, wurde aber leider halb zu Tode gedisliked. Warum kann ich auch teils verstehen? Weil wir nicht weitergekommen sind, haben aber auch noch nicht so viele gesehen. Ich weiß jetzt wie es geht, dank einiger Kommentare weiß ich jetzt wie es funktioniert. Und ich hab's auch gerade ausprobiert. Das Problem ist nur, dass wie ihr gerade seht, ich jetzt zwar weiß wie ich... Da hab ich's geschafft! Da hab ich's geschafft und wieder verkackt! Shit, alter, shit! Das glaub ich nicht. Ja, also ich weiß jetzt wie es geht und ich wusste es in dem Video nicht und hab deswegen oft verkackt. Ja, jetzt hab ich's geschafft und ja, jetzt hab ich's halt geschafft. Ich wollte, nachdem ich jetzt wusste wie es funktioniert und es ausprobiert hatte, euch das noch zeigen. Dass ich's jetzt geschafft hab, dann haben wir wenigstens etwas heute geschafft. Der Part ist unten in der Videobeschreibung, ich hab ihn mal auf nicht gelistet gestellt. Generell wollte ich aber noch sagen, dass wenn sowas passiert, dass wir in dem Part mal nicht weiterkommen. Und mal 10 Minuten ruhig auch an einer Stelle hängen. Und ich echt keine Ahnung hab und auch mit dem TAS einfach nicht weiterkomme. Dann, ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wirklich in irgendeiner Weise eine Hilfestellung dabei herauskommt, ja? Das heißt, wenn ihr mir helft und nicht, wenn ihr anfangt, das Video zu disliken. Denn wenn ihr anfangt, das Video zu disliken, ohne mir zu schreiben, was ich richtig machen muss, ja, dann führt sich das ja im nächsten Part nicht ändern, wisst ihr? Das ist halt so die Denkweise. Also ich kann verstehen, dass das Video vielen nicht gefallen hat, weil man halt nicht weitergekommen ist. Das ist aber in dem Hack manchmal so. Und wie gesagt, ich würde mich da in Zukunft von den Leuten, die das gedisliked haben, und da würde ich mich doch irgendwie ein bisschen mehr freuen, wenn die dann konstruktiv mal einen Tipp geben würden. Und wenn die Leute das selber nicht wissen, dann muss ich sagen, finde ich es sogar lächerlich, weil sie wissen es selber nicht und wollen mir dann sagen, ey, du bist scheiße, weil du es nicht weißt, oder was? Nun gut, das war's für heute. Ihr könnt euch das Video mit den Fails unten in der Videobeschreibung angucken. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.